Hallo lieben Skorpione, hier ist Julia von Weil du Schön bist und jetzt mit der Legung für den Juli in der Liebe. Du kannst diese Legung schauen, falls du den Skorpion im Sonnenzeichen Mond-Astendenten in der Venus hast. Dementsprechend schaust du dir einfach auch die anderen Aspekte an und guckst mal, womit du am meisten resonierst. Das ist keine bestimmte Legung für nur Single oder nur in Beziehung. Ich vertraue darauf, dass die geistige Welt uns das zeigt, was jetzt wichtig ist. Es kann also sein, dass wir hier einen Ex-Partner sehen, einen zukünftigen Partner oder einen aktuellen Partner. Und ich werde das keltische Kreuz legen, was bereits eine in sich abgeschlossene Legung ist. Und dann schauen wir uns nochmal in der Erweiterung Details über die Person an, mit der du es wahrscheinlich zu tun hast. Haben wirst oder hattest. So, dann würde ich sagen, geht es mal los. Skorpion, Sonne, Mond, Ascendent, Venus, Juli. Da kriegst ich doch rein. Also, es geht los mit der ersten Karte und zwar im Jetzt. Die Sieben der Kelche. Die Sieben der Kelche, da kann es um Angebote gehen, um Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Türen, die sich öffnen. Gehen wir mal ein bisschen systematisch vor. Also, in der nicht so positiven, auf der nicht so positiven Seite dieser Karte kann es um Gefühlsverwirrung gehen. Etwas, was nicht klar ist im Gefühlsleben. Vielleicht hast du es mit einer Person zu tun und du weißt nicht genau, wie du über die Person fühlst. Oder die Person weiß nicht, wie sie über dich fühlt. Alles ist so ein bisschen im Unklaren. Das ist eine mögliche Deutung dieser Karte. Es kann ja aber auch um Wunscherfüllung gehen. Welcher deiner Wünsche erfüllt sich jetzt? Hier gibt es Möglichkeiten. Türen, die sich öffnen. Und dann ist die Frage, was willst du? Was wählst du? Weil auf der Originalkarte haben wir hier die Sieben Kelche drauf. Und in jedem Kelch ist etwas anderes. Was wählt man jetzt? Also, ein bisschen Wartezeit vielleicht oder ein bisschen Bedenkzeit, um sich für etwas zu entscheiden. Gehen wir mal rein. Was ist die Blockade oder Herausforderung? Die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter ist für mich oft eine Energie von den Kämpfen, durch die wir bereits gegangen sind. Das kann sein, vielleicht ist im Jetzt gerade ein Konflikt, der dir Sorgen bereitet. Vielleicht ist eben jetzt gerade ein Kampf mit einer Person, mehreren Personen oder einer gewissen Gruppe von Personen, wo jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Wo man das Gefühl hat, hier ist keine Empathie für was der Einzelne braucht oder was alle eben brauchen in dieser gewissen Situation. Vielleicht stehst du auch gerade auf und verteidigst etwas oder du stehst für dich ein. Oder weil es eben in der blockierenden Situation ist, kann es sein, dass du vielleicht Schwierigkeiten hast, für dich ein- und aufzustehen. Ja, gucken wir mal an, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich gehe hin und wieder immer nochmal auf alte, was heißt alte, auf die Karten ein, die ich gezogen habe, wenn ich mehrere Karten hier habe. Am Grunde dieser oder der Kern dieser Situation sind die 8 der Kelche. Wo man aus einer Situation rausgeht, wo man vielleicht mal 8 Kelche hatte. Und jetzt geht man auf die Suche nach seinen 9 oder 10 Kelchen. Das kann etwas sein, gerade jetzt in dieser Kombination. Ich schaue mal, dass ich es ein bisschen weiter hochziehe. Zack. Ja, so ist es ein bisschen besser. Es kann sein, dass es hier in deinem Liebesleben Unklarheiten gibt. Hier sind Kämpfe, die hier liegen, die etwas blockieren oder eben die Notwendigkeit, für sich selbst aufzustehen, was ein bisschen Schwierigkeiten bereiten kann. Im Grunde geht es hier um einen Fortgang aus einer Situation. Etwas, was vielleicht mal erfüllend war, aber jetzt nicht mehr erfüllend ist. Ob es hierbei um eine alte Liebesbeziehung geht, wo du noch dabei bist, da rauszugehen und das hinter dir zu lassen. Oder ob es hier um eine größere Sache, was heißt größere Sache geht, aber um etwas Materielleres geht, wie zum Beispiel der Umzug aus einem Umfeld heraus. Mit dieser Karte sagt man, du lässt hier etwas hinter dir. Und der Fortgang aus einer Situation, aus einer Beziehung ist das, was hier am Kern dieser Legung liegt. Ich habe auch das Gefühl, du bist bereit, jetzt nach vorne zu gehen und deine neun oder zehn Kelche abzuholen, wer immer oder was immer das für dich ist. In der Vergangenheit liegt hier der Magier. Du hast also bereits in der Vergangenheit einen Neuanfang manifestiert. Du hast in der Vergangenheit bereits all die Fähigkeiten erworben, vielleicht sogar Werkzeuge erworben, was auch immer es ist, um das zu kreieren, was du kreieren wolltest. Das stand dir bereits in der Vergangenheit, Vergangenheit könnte auch von einer Woche gewesen sein, zur Verfügung, dass du gemerkt hast, okay, cool, grundsätzlich habe ich alles, was ich brauche, um das zu kreieren, zu erschaffen, was ich gerne machen möchte. Vielleicht dieser Fortgang hier aus einer Situation, die gegebenenfalls ja hier sehr konfliktbeladen ist. Es kann auch sein, dass es hier vergangene Konflikte sind, die dich jetzt noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, unsicher machen auf gewisse Art und Weise. So, dann gucken wir mal den Fokus an. Der Fokus ist auf Wachstum, persönliches Wachstum, auf Expansion. Das kann hier auch, weil wir es gerade so schön auf der Karte sehen, um das Thema Familie, Schwangerschaft gehen, Zuwachs gehen, Wachstum gehen. Für mich auch oft eine Karte des persönlichen Wachstums. Das heißt, es kann sein, dass du sehr auf dein persönliches Wachstum gerade fokussiert bist oder darauf etwas zum Wachsen zu bringen, dich zu erweitern auf irgendeine Art und Weise. Hin und wieder deutet das auf eine kleine Wartezeit hin, weil vielleicht etwas noch ein bisschen Zeit braucht. Gucken wir uns mal weiter die Legung an. Was kommt in naher Zukunft auf dich zu Gerechtigkeit? Ich liebe diese Karte, weil es auch die Karte ist von dem Cover. Habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Haha. So, das ist nämlich das Kartendeck, was ich nutze. Habe ich hier in Glastonbury in einem Shop gekauft. Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch aktuell. Ja, hier kommt in der nahen Zukunft die Gerechtigkeit rein. Faire Entscheidungen, die getroffen werden. Vielleicht sogar legale Sachen, wo hier Sachen gefühlt sehr gut laufen werden. Weil wir hier in einer Liebeslegung sind, kann es sein, dass du hier in der Vergangenheit wirklich angefangen hast, einen Neuanfang zu manifestieren. Vielleicht kriegst du jetzt mehrere Angebote hier. Entscheidungen treffen haben wir hier als auch hier. Hier aber eher so mit dem Thema Entscheidungen werden getroffen. Hier kann es eher noch sein, okay, da sind Angebote, was macht man, wie geht man weiter? Ja, der Fokus ist auf Wachstum, auch auf, ich habe das Gefühl, gerade bei der Karte auf ein harmonisches Zusammensein, ob jetzt mit Baby, ob ohne Baby, aber um Wachsen in der Liebe. Aber die Herausforderungen sind hier diese Kämpfe. Wenn das nicht etwas ist, was jetzt in deinem Leben ist, dass du sagst, aktuell sind eigentlich keine Kämpfe in meinem Leben, dann geht es hier um die vergangenen Kämpfe, die hier eine Rolle spielen, die dich vielleicht so ein bisschen blockieren oder ein bisschen zögerlich machen. Die zögerliche Energie hier haben wir hier dann dadurch zweimal. Was ist deine Energie? Der Bube der Schwerter. Neue Leichtigkeit, neue Gedanken, neue Euphorie, eine sehr schöne Karte. Es kann sein, vielleicht hast du dein Auge, wie sagt man das nicht so, dass ein Auge auf jemanden werfen. Habt ihr das mal überlegt, was das eigentlich bedeutet, wenn man es wortwörtlich machen würde? Ja, deutsche Sprache, auch sehr spannend, die Sprichwörter. Da müssen wir mal gucken, woher kommt das Sprichwort ein Auge auf jemanden werfen. Wahrscheinlich, weil man ihn dann die ganze Zeit angucken kann oder sowas, wenn das eigene Auge auf der Person ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du hier ein Auge auf jemanden geworfen. Es kann sein, dass du jemanden auch über Social Media so ein bisschen anschaust und sagst, das ist irgendwie ganz cool, dass du irgendjemanden hier beobachtest. Hier geht es noch nicht um die Aktion. Hier geht es um das Angucken von etwas, aber auch tatsächlich um neue Euphorie, neue Leichtigkeit, die wir hier haben in deinem Leben. Es fühlt sich fast so an, wie dass du dich grundsätzlich hier immer mehr und mehr befreist von diesen Kämpfen auch, die jetzt hier im Jetzt oder eben, weil sie in der Vergangenheit waren, im Jetzt noch ein bisschen eine Rolle spielen. Aber ich kriege auch hier rein, dass hier sehr viel Gerechtigkeit reinkommt, dass irgendwas in die Balance gekommen ist. Ich habe das Gefühl, oder das, was mir gerade gesagt wird, ist, du hast genug gearbeitet, du hast alles getan. Du hast dein Karma ausbalanciert, du hast Dinge in dir ins Gleichgewicht gebracht und hier kriegst du eine Belohnung rein. Das in naher Zukunft. Etwas sehr Schönes, habe ich das Gefühl, was hier in naher Zukunft bei dir liegt. Äußere Energien, König der Schwerter, kann natürlich jetzt sein, dass hier eine ganz bestimmte Person reinkommt. Das könnte ein Luftzeichen sein, das wäre, was haben wir denn da, Zwillinge, Wassermann oder Waage. Das kann jemand sein, der sehr intelligent ist. Ich kriege gerade einen Geschäftsmann gegebenenfalls. Jemand, der sehr clever ist, ein Kopfmensch ist, sehr philosophisch vielleicht auch veranlagt ist, also ein Denker. Jemand, der recht klar ist, vielleicht hin und wieder, muss nicht zwingend sein, ist nicht so ganz dominant, die Energie. Aber es könnte sein, dass das jemand ist, der mal hin und wieder mehr im Kopf ist, als dass er im Herz ist. Wie gesagt, das kriege ich nicht hundertprozentig als starke Energie rein. Aber ja, das haben wir jetzt hier erstmal in den äußeren Energien der Situation. Was kommt quasi von außen auf dich zu? Also sehen wir hier schon eine bestimmte Person liegen. König der Schwerter. Gehen wir gleich nochmal weiter. Der Tipp an dich ist Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter ist die Kommunikation, nach vorne bewegen, in die Aktion gehen. Ganz wichtig hier als Tipp ist auch, dass du so ein bisschen nach rechts und links guckst und nicht einfach nur dein Ziel anvisierst und sagst hier, da will ich hin und scheiß auf links und rechts. Sondern dass du hier auch, wie sagt man, achtsam bist. Nicht einfach nur geradewegs auf dein Ziel zu rennen, weil es sein kann, dass links und rechts nochmal vielleicht liegen da Pfeilen, vielleicht liegen da irgendwas, was du übersehen würdest. Gegebenenfalls auch Menschen, die an deiner Seite sind, irgendwas, was du übersehen würdest. Deswegen bei dieser Karte, ja, geh nach vorne, fokussiere, fokussiere dein Ziel, kommuniziere. Aber, ähm, hab ein bisschen Auge auf die Sachen, die links und rechts vom Wege liegen, damit du nichts verpasst. Wohin führt das Ganze? Ach, wohohoho, Ast der Stäbe. Ja, das Ast der Stäbe ist eine super schöne Karte mit dem Grün und dem Fuchs, ne, die beiden, die Farben hier sind super schön. Und gucke mal, wie unterschiedlich die Energie ist von dem, was wir hier haben. Sehr viel kühle Energie und dann kommen wir hier zu der Farbe der Heilung, der Natur. Die Karte des Feuers, des aufregenden Neuanfangs. Ähm, irgendetwas liegt hier, wo ich das Gefühl habe, da kommt neue Lebenskraft, Lebensfreude rein. Ähm, sehr viel Leidenschaft vielleicht sogar. Vielleicht ist das der König der Schwerter, den wir hier sehen, wo wir den Neuanfang haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment, wir sehen zwar die Energie des Neuanfangs, des Fortgangs, wir sehen hier faire Entscheidungen, Gerechtigkeit, die reinkommt, so ein paar Konflikte, die wir hier haben. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass wir hier diese Situation, dass wir da tiefer reingehen können. Wer ist der König der Schwerter, der Neuanfang, den wir hier haben, der sehr aufregend ist, sehr belebend ist, möchte ich mal sagen, und der wirklich hervorsticht von all dem, was wir bisher hier liegen haben. Das fühlt sich für mich so an, wie hier kommt etwas Neues, was anders ist, als das, was bisher war. Ähm, und da wollen wir mal reingucken, wer das hier ist, was ist die Energie der Person, was denkt sie über dich, was sind die Absichten, etc. Das heißt, falls du mit dieser Legung bereits resonierst und sagst, hey, danke, das reicht mir, so mehr Informationen brauche ich nicht, sag ich danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren oder auch das Teilen dieses Videos. Ähm, wenn du sagst, ja, das würde ich mir mal gerne genauer anschauen, gegebenenfalls, weil vielleicht schon jemand hier in deinem Leben ist, wo du sagst, oh, das könnte so und so sein, ähm, egal ob jetzt Mann oder Frau, dann können wir einmal in die Erweiterung gehen und schauen dann dort, was es mit dieser Person auf sich hat. Die Erweiterung, der Link ist unter diesem Video, der erste Link in der Infobox ist der Link zu Vimeo. Dann sage ich danke fürs Zuschauen fürs, äh, und bis zum nächsten Video, hier oder auf Vimeo. Dann sage ich, danke, 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 danke.